Zwei kleine Kinder, Barbara ist manchmal überfordert. Barbara Meyer, 36, hat ganz schön viel um die Ohren. Die einstige Germanis Next Topmodel-Gewinnerin wurde im November vergangenen Jahres zum zweiten Mal Mama, gemeinsam mit ihrem Mann Clemens Hallmann begrüßte sie ihre zweite Tochter Emilia Elise auf der Welt. Seit dem Familienzuwachs hat sich einiges bei ihr im Hause verändert, Barbara gab zu. Sich als Mama manchmal überfordert zu fühlen. Nachdem ihr zweites Kind geboren worden war, konnte das Model nämlich nicht mehr all ihre Aufmerksamkeit ihrer ersten Tochter Marie-Therese widmen. Manchmal schläft die eine und die andere spielt und fünf Minuten später brauchen mich beide ganz dringend. Da frage ich mich oft, was mache ich jetzt? Wohin mit mir? Oder in der Früh, wenn beide wach werden, wen versorge ich zuerst? Da fühle ich mich als Mutter manchmal überfordert. Aber es spielt sich langsam alles ein, erklärte Barbara im Interview mit Gala. Außerdem leide sie sehr unter dem Schlafmangel, doch auch das habe sich mittlerweile beruhigt und ihre Töchter schlafen wieder super. Und wie geht die große Schwester mit dem neuen Familienmitglied um? In den letzten zwei Wochen ist sie richtig in ihre Rolle als große Schwester hineingewachsen. Sie hilft mir und hat dem Baby letztendlich sogar Socken angezogen. Sie schaut beim Wickeln zu und will unbedingt, dass Emilia mit in ihrem Zimmer schläft, schwärmte Barbara total stolz. Und wie geht's? Beide ich mit ihm. Untertitelung des ZDF, 2020